In Nochtem ist Jeschua Arim gegangen in Galil. Warum er hat nicht gewollt Arim gehen in Jehuda, mach mas die Jiden haben gesiegt, ihm zu teiten, zu hagenen. In der jüdische Jomte Vsukes hat sich der Nennt. Seine Brüder haben darüber zu ihm gesucht. Kehr auf von dannen in Galil kann Jehuda, где deine Talmidim sollen euch sehen, demmaßem, wo es die Tiszt. Warum keine Tiszt nicht kann Schim-Sach-Beseser? Ob er bei Gerd offen bakant zu sein? Ob die Tiszt die Dossige Sachen anplegt dich? Fahre die Welt! Warum er viele seiner Brüder haben nicht geglaubt in ihm? Jeschua hat die Rübber zu sein gesucht. Mein Saat ist noch nicht gekommen. Aber Eier-Saat ist allemal gereicht. Die Welt kann auch nicht fahnd haben. Mich aber hat sie fand. Mach mas ich so geht es auf ihr, als ihr maßem seinen Schlecht. Geid, Saat eure Regel auf Jontif? Ich bin nicht euer Regel auf dem Dossigen Jontif. Mach mas man Saat ist noch nicht normal geworden. In B.A.S. er hat das gesucht, ist er geblieben in Galilie. Innochdem, wie seine Brüder sind eure Regel gewesen, auf Jontif, ist er auch eure Regel gewesen. Nicht oft, na er bezieht sie. In Jontif haben ihm die Jeden gesucht ihn gesucht. Wie ist er? Und es ist gewesen wegen ihm eine Sache im Mirmus erwischendem Volk. Teil haben gesagt, er ist ein guter Mensch. Andere haben gesagt, nein, er verfeiert das Volk. Das hat keiner nicht gerett, auf dem Weg ihm aus Möre verliebt. In B.A.S. er ist schön gewesen, inmitten von dem Jontif, ist Jeshua eropgegangen, eropgegangen in B.A.S. Amikdash er an und hat gelernt. In Jeden haben sich gechidert und gesagt, wie er so kennt der Dossige Mensch als Sefer als er keinmal nisch gelernt. Jeshua hat sein darüber geämpft und gesagt, Mann, teure, ist nicht Mann, nur dem, was hat mir geschickt. Heu bein mit Zer ist willig, zetien und das Routzen wird der Wissen von dem Lernung. Sie sie ist von Gott oder sie ich red von mir allein. Der, was red von sich allein, sich sein eigen im Kovend. Der, was sich dem Kovend von dem, was hat ihm geschickt, der Dosege ist vorhaftig und kann ihm Gerechtigkeit es nicht nehmen. Hat auch Mösch nicht gegeben, der Teure und die hat keinen ist für nach der Teure. Verwusst sich ihr mit zu teiten, verwusst sich mit zu hagenen. Ich in der Hormon hat ihm geämpft, die hat dabei sein Geist, wer sich dich zu teiten. Hat Jeschul geämpft und zu sei gesucht, ich hab getun ein sach, ich hab getun ein sach, in ihr alle Gekhiddich zieh ich der rüber. Mösch hat auch gegeben Mitzvus Miele, nicht alles ist für Mösch noch für Nubes. In ihr sind Schabbos mal ein Mensch. Be kein Oben ist mal ein Mensch. Schabbos kann nicht Oben zu sein. teures Möscher verwusst zählend ihr auf mir verwusst zahlend ihr auf mir was ich habe Schabbos den ganzen Menschen sind gemacht. misch nicht lebt nicht nur mich mit der gerechte misch wird Möscher die schleim haben gesagt ist das nicht der dem seh seh sich zu teiden Vielen Dank.